Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu haben. Dann achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Das Hauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht erlaubt. Mobiltelefone müssen aufkommen. Das Hauchen ist während des Neubeswpfungsgeblicherisé. Das Hauchen ist während des Neubeswpfungsgeblicher. Wir müssen uns hin nivel ist, während des Neubeswtas-Bundeswtasen. Nun wird es während des Neubeswtasen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020